Sascha Mutra ist nochmal bei mir. Sascha, wir haben mit der Allianz natürlich heute einen tollen Partner an unserer Seite. Natürlich auch, wenn es um die Versicherung unserer edlen Blüter geht, also unseres englischen Vollbluts. Da kann man ja teilweise von der Leibesfrucht bis zum fertigen Rennpferd alles versichern mit der Lebensversicherung. Und man hat sich auch ein bisschen was überlegt. Das finde ich persönlich eine schöne Geste. Bei der Siegerehrung werden wir heute ein bisschen was zusätzlich noch überreichen. Was denn? Ganz genau so ist es. Also normalerweise ist es so, dass die Ehrenpreise ja immer nur für Besitzer, Trainer und Jockey sind. In diesem Fall ist es so, dass auch der Pfleger was bekommt. Nämlich von der Münchner und Magdeburger Agrarversicherung, eine Tochter der Allianz, gibt es eine schöne Bürste zur Pflege der Pferde. Und die liegen uns am Herzen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Pferde heute hier so top vorgestellt und präsentiert werden. Und das in jedem Rennen. Da ist ein irrsinniger Vorlauf nötig. Also die Pflege beginnt dann eben jeden Tag wohlgemerkt. Und schon früh am Morgen, wenn dann teilweise um 5 Uhr schon das Licht angeht, im jeweiligen Rennstall bis zur Mittagszeit und dann am Abend nochmal. Dankeschön schon mal Sascha Mulder.